moin zusammen so weiter geht's mit gas station simulator ja unglaublich über 2000 dollar wir schon zusammen die preise sind echt geil lager sind größtenteils voll wir haben dritten angestellten von dem ganzen profit richtig schön viel kram eingesammelt ja was er jetzt angesammelt eingekauft meine ich natürlich oh alter das will do flanders okkildokkild Oh, Kasse 1, Lagerhaus Wie sieht's aus, Amelie? Hast du schon wieder Bock? Der Laden verdreckt mir grad gewaltig Macht Ricardo die Werkstatt? Barakinen sind auch bald nicht mehr zu haben Oh nein Was haben wir dann? Ein Rad vorne rechts Eine Stretchlimo wär auch mal ganz geil Mit irgendeinem VIP-Kunden oder sowas So, schon mal Haube auf Damit ich weiß, da muss ich auch noch was machen Oder wie? Abklemmen erst Plus, dann Minus Und wieder anschließen Erst Minus, dann Plus Aber nagelt mich da bitte nicht fest Das ist mein Lager Ich muss in die Richtung So, Angestellte So, was macht der Kraftstoffpreis? 2,15 Ich wähle noch mal nach Was ist los mit dir? Ich möchte das halt selbst So, wie ich wollte So, wie ich wollte So, ich helfe auch mit Ich kümmere mich ums Bad So, da kommt die nächste Kraftstofflieferung Boah, das Geräusch Ja So, irgendeiner ist weggelaufen, der hat irgendwie gerade keinen Bock mehr zu arbeiten. Okay, klasse. War wohl irgendwie noch nicht so Alles klar. Okay, ich werde jetzt mal die ganzen Falken abreißen Wollen wir mal so einen Rundgang hier um die Tanke machen Da ist soweit schon alles ab Die bleiben dran Die ist soweit auch alles ab Da noch nicht Gott, die ganzen Latten sind hier hinten gelandet Zwei Räder, ein Spiegel Hier Hier habe ich beide keine mehr Oh Thank you Oh Läuft doch ganz geil, oder Langsam nimmt das hier echt Form an Hier ist sogar noch eine zwei geflogen Oh So Kochzeitschriften auffüllen Keine Produkte, keine Produkte Sieht doch geil aus So 1.400 Was mache ich jetzt Was sagt denn der Kraftstoffpreis So So Ich werde schon mal einen Hunderter nachbestellen Müllerpfu könnte ich mal wieder rufen Workshop So Reifen habe ich noch genug Davon hole ich noch mal 10 Davon hole ich noch mal 10 So 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 Popcorn ist bestellt. Keine Angst. So, wer bist du denn? So, aber bezahlen. Du machst weiter Pause. Riccardo. Ja, ja. Ja, Chef. Bitte, danke. Sieht auch eigentlich ganz wohnig aus. Eigentlich ganz wohnig aus bei den Jungs hier. So, da kommt die nächste Lieferung. Noch 30 Mal Trinkgeld. Jo, hier sind die Regale recht voll. Sobald er weg ist, werde ich da mal Werkstatt alles auffüllen, Lager alles auffüllen. Und dann mir nochmal Deko anschauen. So, zack. Oh, warte mal kurz. Grado macht's sauber. Die ist gleich fertig. Schulenaufgabenliste. Wieder tanken? Ich denke, ja. So, keine Produkte mehr. Nee, warum geht das Ding nicht voll aufzustacken hier? Alle vier Reifen kaputt. Oh, jetzt. Wo warst du denn unterwegs, ey? So, Nummer zwei. Okay. So, und der vierte Reifen. Über, glaube ich, noch. So, bin ich pro, dass ich da... ...für den geilen Preis die Reifen eingekauft hatte. So, aufwöhnen. Ein Kunde an Kasse. So, muss ich selber für Trinkgeldsorgen hier haben. Okay, das für dich. Vorsicht, Vorsicht. 139, ey. Wow. Und nochmal Trinkgeld. Kraftstoffstart ist schon wieder niedrig, ey. Kraftstoff, zwei Dollar. Ich werde mir gleich noch eine Eistruhe holen, hier vorne bei der Kasse hinstellen. Oder gegenüber, hinter die Säule. Nee, da kommt das Ding hin. Ah, nee, Quatsch. Einrichtung, so. Eis. Kleiner Eis. Kleinen Moment bitte, Officer. So. Ok, sehr cool. So, wieder einer... nicht mehr Kraftstoff... Ah, der Kraftstoff-Lieberum ist gerade da. 400 Liter, glaube ich, waren das. So, Reifen vorne rechts und eine Zündkerze. Sobald die Spiegel billig sind, muss ich da komplett aufhören. So, mach mal ab. Ach nee, andersrum. Was ist noch? Batterie. Plus, Minus... Minus, Plus... Oha, Kraftstoff. 200 Liter, oder? Ok, ich dachte, ich hätte mehr eingekauft. Oh shit, Entschuldigung, ich wollte eigentlich Shift gedrückt haben. Lieferung... 2 Dollar, naja, ok. Oh, Vorsicht. Nicht kaputt schmeißen. Danke. 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 Daine Ressourat werden abonniert. Danke. So, Angestellte. So, okay. Warte mal zurück. Riccardo. Reinigen. Zurück, Aufgabe, Tanker. Zurück, Aufgabe für die Mikasa. Keine Produkte mehr. Und Sonnenbrillen sind auch bald alle. Die Bauarbeiterhüte sind nicht so der Renner. Und die Mädelshütchen hier lasse ich auch mal. Das ist ja schick. Was do I owe you? Oh. Ah, Mist. Mich wieder verdrückt. Ich Idiot. Ah, Mensch. Okay. 1500 Lieferung. Autoteile. Autospiegel. Immer noch teuer. Mist. Okay, pass mal auf. Einrichtung Sonstiges. Wird doch hier bestimmt. Noch ein Parkplatz zu kaufen. 100 Toilette. Warte mal. Einrichtung Sonstiges. Oh, und ich bin rausgeflogen. Okay, dann mache ich hier eine kleine Pause. Irgendwo, dass ich verschluckt. Viel Spaß bei dir und bis bald. Und ciao. Okay,Blue 2. Oh. Ich bin genau.